Ja, hier also der Bahnhof Ettlingen West. Ist ein kleiner Bahnhof. Drüben auf der anderen Seite steht mein Fahrrad. Es hat sich so richtig eingeregnet heute. Also ich werde meine Fahrradtour unterbrechen und ich werde dann mit der Stadtbahn nach Karlsruhe Hauptbahnhof zurückfahren. In dieser Bahn dürfen Fahrräder transportiert werden. Ja, da kommt auch schon die Stadtbahn. Sie hält in Ettlingen West. Mit dieser Bahn werde ich also dann nach Karlsruhe Hauptbahnhof zurückfahren. Ich muss natürlich auf die nächste warten. Die kommt in 30 Minuten. Denn da komme ich nicht mehr über, auf das andere Gleis, auf das Gleis 1 hinüber. Ich muss also noch 30 Minuten warten. Jetzt fährt die Stadtbahn ab. Sie fährt auch hier in Doppeltraktion. Das heißt, zwei Bahnen hängen zusammen. Bis Karlsruhe wird die Bahn etwa sieben Minuten brauchen.